Und wie immer, bin ich fertig, während er noch nicht fertig ist. Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 100 und 1. Es ist Samstag früh und Henrik fügt gerade die Infobox aus von dem Vlog, der heute online kommt, der letzte, den ihr gesehen habt. Und ich lag hier gerade so und habe meine Mails geöffnet. Und ich habe eine echt hilfreiche, wenn auch mich etwas beängstigende Mail hier bekommen. Aber danke auf jeden Fall an Madeleine, die sie geschickt hat. Oh Gott, okay, passt auf. Hallo ihr beiden, ich habe gerade euren Vlog gesehen und muss euch sagen, dass ihr leider Lebensmittelmotten in der Küche habt. Das wussten wir schon. An dem Punkt waren wir schon. Wir hatten die auch und haben sie immer wieder nur entsorgt, bis sie irgendwann überall waren. Und dann hast du es richtig Arbeit, sie loszuwerden. Die Eier sieht man nämlich nicht und die kann man nur mit Hitze, Kälte und Essig bekämpfen. Also am besten jetzt einmal alle Vorräte kontrollieren, alle Schränke mit Essig auswischen und die Vorräte zukünftig in Klickdosen aufbewahren. Jetzt wissen wir nämlich, was wir machen, sobald wir wieder zu Hause sind. Also freut euch schon mal auf den Vlog, an dem wir alle Schränke ausräumen und so weiter. Ja und wahrscheinlich einiges an Essen wegschmeißen werden. Und ich werde mega nervig in diesem Vlog sein, weil ich die ganze Zeit öh, öh, öh machen werde. Die Lebensmittelmotten vermehren sich sonst irgendwann und befallen eure anderen Lebensmittel. Und nicht nur das. Sie sitzen dann wirklich überall. In Küchentüren zum Beispiel. Beläst euch mal dazu. Ist zwar echt eklig, aber ich kann euch nur raten, es zeitnah anzugehen. Die holt man sich übrigens mit dem normalen Einkauf nach Hause. Die Eier könnten im Mehl oder anderen Getreide-Lebensmitteln sein. Zur Vorbeugung legen wir alle Lebensmittel für 24 Stunden in den Kühlschrank und so ziehen sie dann in Vorratsdosen. Wir haben im Übrigen sogar eine Vermutung, woher die kommen bei uns. Und wir beschuldigen meinen Bruder. Ja, der hat doch im Sommer so viel Brot gebacken. Ich kann sich erinnern. Und dann hatten wir so derart viel offenes Mehl im Schrank. Ja, der ist halt nicht der ordentlichste. Der hat das nie so richtig verschlossen. Wobei, nach dem, was ich gelesen habe, hätte das eh nichts gebracht. Ja, aber es hat halt die Wahrscheinlichkeit scheinbar sehr erhöht. Ja. Und dann war es auch noch so heiß und so. Und mein Bruder ist echt so ein kleiner Chaot. Der ist wie ich nur schlimmer. Oh Gott, und dann esse ich auch noch im Aha-Fan-Glocken. Stimmt. Aber wenigstens sind die schnell bei uns aufgebraucht. Das heißt, du hast nur Eier gegessen, keine kleinen Larven? Okay, ich muss echt kürzen. Hier könnt ihr jetzt mal sehen, wie das Apartment hier so aussieht, wenn es hell ist. Es wirkt nochmal ganz, ganz anders. Also beziehungsweise die Suite. Nicht so dunkel, ja. Genau, genau. Irgendwie im Vlog kam das extrem dunkel rüber. Ist es ja auch, wenn es dunkel ist. Aber es hat nachts wieder geschneit. Richtig, richtig viel geschneit. Schaut mal, wie wenig man nur noch vom Balkon sieht. Das ist so krass. Und heute ist echt schönes Wetter. Der Himmel ist so klar. Man hat ein bisschen Pech mit dem Wetter so bisher. Also man hat an den meisten Tagen kaum da hinten hingesehen. Und ich finde es so beeindruckend, wie hier diese Straßenarbeiten und so Schneewegräumarbeiten laufen. Es ist so unglaublich gut organisiert, glaube ich. Ihr seht ja, die Straße ist jetzt schon komplett vom Schnee befreit. Und dabei ist die hier echt jeden Abend komplett weiß. Weil es schneit so gut wie jeden Tag. Und man sieht immer nur so, ja wie so Bagger hier rumfahren und den Schnee halt wirklich zur Seite schieben. Also das muss man den Leuten hier echt lassen. Die sind so gut organisiert. Also zumindest hier, was wir in dem Ort sehen. Wahrscheinlich, weil sie es einfach gewöhnt sind. Aber ich habe echt so zu Hendrik noch gesagt, als wir hierher gefahren sind. Alle haben uns erzählt, ihr werdet so viel im Stau stehen. Und es ist so ein Schneechaos und so furchtbar. Aber ich glaube, hier, wo wir sind in der Region, ist es noch nicht ganz so schlimm. Also hier, wir standen kein einziges Mal im Stau und irgendwie hatten wir Glück. Oh mein Gott, Hendrik und ich haben uns heute gedacht, wir drehen die Yoga-Challenge für den Hauptkanal zusammen. Hinten steht ja auch die Kamera. Aber wir freuen uns beide schon so riesig auf das Video. Nicht wahr, du Stinker? Ja, es gab es zwar schon ein paar Mal und so. Ist jetzt nicht das mega Innovativste an Idee. Aber wir, also Barbara vor allem, ich, eigentlich überhaupt nicht, hat ja auch Yoga jetzt so für sich entdeckt. Also sie meint das auch schon ernst. Und das ist jetzt kein alberner Quatsch so. Ich mache das jeden Morgen, verdammt. Ja, ja. Es ist jetzt nicht so, als würde sie da nicht auch hinterstehen und das ernst meinen. Aber wir haben uns halt gedacht, da Yoga jetzt generell so ein Thema da geworden ist, was kann man irgendwie damit machen? Und weiß ich nicht, so Yoga-Routine zeigen. Das kennen halt, machen halt so viele und auch professionelle Lehrer und so weiter. Sie können es halt viel besser können als ich. Genau. Und ich habe auch keine Routine. Ich mache jeden Tag was anderes. Außerdem hatte ich auch irgendwie Bock, mal wieder was mitzumachen. Und da haben wir uns gedacht, komm, machen wir Yoga-Challenge. Das wird interessant, weil, wie gesagt, ich habe kein Yoga gemacht. Also irgendwann mal, so ein, zwei Mal schon, aber nicht regelmäßig. Und du hast nur blöde Witze gemacht. Ich bin gespannt, wie diese ganzen Figuren da werden. und ob ich gelenkig genug für die Sache bin. So, aber jetzt erst mal Frühstück, oder? Ich habe Hunger. Okay. Für manche Fotos muss man, ha! Oh nein! Echt bemühen! Das ist nicht gut. Du willst dich da gleich draufstellen, ne? Hä? Willst du, das hält mich schon? Werden wir sehen. Okay. Willkommen zurück. Es ist mittlerweile halb sieben und wir haben im Prinzip die ganze Zeit nur gearbeitet. Und ich schneide den Vlog und Barbara schneidet das Video. Ich bin jetzt hier halbwegs durch mit dem ersten Schnitt von dem, was wir bisher haben. Das Kaminfeuer ist leider aus und ich habe einfach nur so einen mega Hunger und Essen gibt es hier ab sieben. Also wir müssen nicht mehr so lange warten, aber auf jeden Fall, ich bin gerade so müde und kaputt und hungrig und, ah, voll cranky. Und das muss ich jetzt auch noch festhalten, weil ich so cranky bin und mich über alles aufregen möchte. Das, da hat Barbara gerade geschnitten, das sind ihre Socken, eine Tasse Tee, irgendeine Lippencreme und eine Tüte Gummibärchen. Dieses absolut süß aussehende, kleine, eichhörnchenartige Wesen, das Vorräte sammelt, allerdings meistens Gummibärchen, und fleißig schneidet, hat überall im Zimmer nämlich irgendwelche Sachen gelassen. So ist das nämlich. Ich bin so gemein. Ich bin auch voll hangry. Und jetzt gibt es einen Strafsinn. So hat das doch schon deine Eier. Einfach so. Hm, sieht gar nicht so schlecht aus, verdammt. Ach so, auf dem Tisch geht es übrigens weiter. Mit Mandarinen, noch mehr leeren Gummibärchen und einem Tee. Wir sind jetzt bereit, essen zu gehen. Wir haben uns umgezogen. Es ist gleich halb acht und weil nichts Spannendes mehr passiert, außer, dass wir jetzt was essen, sagen wir euch. Gute Nacht und bis morgen. Willst du auch tschüss sagen? Bye. Hey Leute, es ist der nächste Tag. Es hat die ganze Nacht geschneit. Man sieht unseren Balkon fast gar nicht mehr. Es ist so krass. Und heute haben die vorher gesagt, dass es eigentlich den ganzen Tag durchschneiden soll. Und die ganze Nacht auch. Also, ja. Ja, auf jeden Fall ist unser Frühstück gerade angekommen. Genau. Herzlich willkommen zu Frühstück mit Hendrik. Ooh. Mmh. Pancakes. Und Omelette. Und Waffeln. Und Müsli. Mein Gott, da haben die viel gebracht. Obst. Und Lachs. Leute, wir schaffen. Es sieht gut aus. Tja, Leute. Wir haben leider schweren Herzens gerade entschieden. Wir fahren. Wir packen gerade. Vorzeitig, genau. Wir haben gerade gehört, dass Bayern den Wotstand ausgerufen hat. Jo. Na, ist da. Wir fahren zwar nicht durch Bayern, aber trotzdem. Ja, ich war natürlich gerade wieder im Newsfeed unterwegs in Lech. Das ist nicht so weit weg von hier. Sind wohl irgendwie Skifahrer auch von der Lawine verschüttet worden. Gestern. Oder heute. Ich weiß es nicht. Ich meine, man hört immer so in den Nachrichten von irgendwelchen Katastrophen und Naturgewalten und so. So, aber man fühlt sich jetzt, wenn man halt da lebt, wo wir leben, in der Regel nicht so betroffen. Und jetzt sehen wir das hier, sind mittendrin und das ist einfach nur der Wahnsinn. Man kann eigentlich nichts machen. Das ist so das Krasse. Es ist alles weiß. Es ist alles voller Schnee. Es ist kein Ende in Sicht. Morgen und heute Nacht, so ist die ganze Zeit weiterschneiden. Ich weiß nicht. Ich meckere immer so ein bisschen über den Ort, an dem wir leben. Also jetzt nicht meckern, meckern, aber so ein bisschen so. Hier regnet es ständig und es ist immer so grau. Und alles ist so trist und sieht nicht so schön aus. Aber wenigstens ist da keine Lawinengefahr. Oder Erdbeben. Oder Schnee. Oder Erdbeben. Tsunami. Oder irgendwas eigentlich. Ja. Keine wilden, giftigen oder sonst was Tiere. Keine Bären. Ich meine, auch wenn sie mal ein Wort. Aber auch nicht da, wo wir wohnen. Also von daher. Man sollte einfach echt, echt, echt glücklich sein mit dem, was man hat. Und man checkt es irgendwie so oft nicht so wirklich. Man realisiert es nicht, wenn man nicht was anderes erlebt hat. Wie weit bist du? Äh, so gut wie fertig. Okay. Komisch, ich habe noch so viel Platz hier im Schrank. Lassen wir noch meine Schuhe rein vielleicht. Warum bist du immer nackt, wenn ich mit der Kamera komme? Ich glaube, du willst was für mich. Tja, Leute. Bye, bye. Österreich. Naja, mal gucken. Ach du Scheiße, ist das für Schnee. Ach, aber das Auto fährt sich sehr sicher auch auf Schnee, weil der Eiradantrieb hat. Ja. Das ist natürlich das praktische an einem SUV. Auch wenn wir einen kleinen Einbruch haben. Schnurrt wie ein Kätzchen, wie man so sagt. Das fährt sich sehr gut. Ja. Für uns tatsächlich, da wir häufiger mal so in die Berge fahren, hat sich das echt gelohnt. Das war ja so ein Traktor. Das ist der Wahnsinn. Guck dir das an, das ist weiß. Ja, aber das sieht auch schön aus. Das sieht wunderschön aus, ja. Ja, der Tour ist immer wunderschön. Apropos Autofahren, ist mir noch eine Sache eingefallen und zwar, mein kleiner Traum ist es ja tatsächlich ein Elektroauto zu haben. Und zwar einen Tesla, weil ich die wunderschön finde. Aber die sind natürlich sehr, sehr teuer, zumindest der mir gefällt. Deswegen fahren wir jetzt erst mal hier mit dem rum, weil die anderen Elektroautos halt noch nicht so die Reichweite haben, die ich mir vorstelle. Mit einem Tesla kommt man halt echt irgendwie 600 Kilometer oder sowas aus. Ja, ja. Glaube ich. Total schon. Ja, also ist das auch für so längere Strecken echt okay. Tesla Autos können nicht umkippen im Gegensatz zu SUVs. Das liegt daran, dass der Akku, das Aggregat im Boden vom Fahrzeug ist. Dadurch ist der Schwerpunkt zu niedrig, dass die Wagen nicht kippen können. Cool. Und die haben auch entsprechend keinen Motor und vorn und hinten einen Kofferraum. Und ich finde die echt schön. Ich finde vor allem, die sehen aus wie normale Autos. Also es gibt ja eigentlich kaum Elektroautos, die normal aussehen. Die müssen dann alle irgendwie aussehen wie so ein Alien, was vielleicht manchen gefällt, aber so Alien-Wagen. Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie sehr futuristisch. Ja, ja, genau, genau. Ich weiß nicht. Ich finde, wenn es so normal aussieht, voll schön. Wow. Hat der viel Schnee geladen. So, das ist natürlich wieder mal ein Übergang vom Feinsten. Wir sind seit guten vier Stunden oder so, nee, länger sogar, fünf glaube ich, auf der Autobahn unterwegs. Und jetzt sitzen wir an der Raststätte und essen was. Genau, vom Fünf-Gänge-Abend-Essen zu Raststätte-Essen. Aber wir haben gerade festgestellt, dass es einen schlechteren Ruf, als es jetzt in Wirklichkeit ist... Nein, komm nicht in der Wahnsinn an. Ja, und die sind auch ganz frisch. Aber ich muss sagen, die Fahrt ist so unglaublich anstrengend heute. Es ist halt mega schlechtes Wetter. Und super viel Verkehr. Und man kommt einfach nicht voran. Und es ist dunkel und anstrengend zu fahren. Na ja, ich glaube, es wird Zeit für Kaffee. Ja, meine Tankstellenkratze gefunden. Die wird bestimmt was schnorren. Na natürlich. Boah, wir sind zu Hause und wie man mir vielleicht ansieht, es war echt keine gute Fahrt. Ich bin so froh, dass wir zu Hause sind, dass wir jetzt einen Tag früher gefahren sind. Wer weiß, wie es morgen wird. Ja, ich habe auch die Fahrt als nicht gut in Erinnerung und bin froh, dass wir hier sind. Es ist zwei Stunden länger gebraucht. Genau. Wir haben jetzt zwei Stunden länger gebraucht als auf dem Hinweg. Halt du doch. Ich will so verheben. Du hast nur unsere Münder gefilmt. Ja. Und zwischendurch war es echt nicht so cool. Also noch gerade in Österreich. Weil irgendwann die Fahrbahn wirklich komplett aus Eis bestanden hat. Und da ging kaum noch was voran. Und selbst wenn man nur 10 kmh gefahren ist und abgebremst hat, ist das Auto einfach so gerutscht. Aber es ist nichts passiert und wir sind angekommen. Es war nur echt beschwerlich. Und wir haben jetzt knapp über neun Stunden gebraucht. Ich habe keine Lust mehr Auto zu fahren. Und wir müssen theoretisch noch auspacken. Auspacken. Machen wir das noch? Oder machen wir das morgen? Eigentlich bin ich ja immer für Auspacken am selben Tag. Aber heute bin ich so fertig. Weißt du, was uns morgen bevorsteht? Madenschränke auswischen. Das sind keine Maden. Das sind Speisemotten. Oder wie heißt das? Lebensmittelmotte. Lebensspeisemotten. Oh, meine Lippen tun so weh. Gott, das ist exakt wie letztes Jahr im März, als wir in Österreich waren. Dann ist es ja wirklich die Kälte. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Bett. Mal gucken, ob wir noch die Koffer auspacken oder nicht. Das wird das Problem von 5 in 15 Minuten, Hähne. Zukunftshähne. Ja, das ist Zukunftshähne. Guten Morgen, Leute. Es ist der neue Tag. Und wir haben gestern tatsächlich noch die Koffer ausgepackt. Alle drei Koffer und die Küchentüte. Weil wir hatten ja noch so ein bisschen Küchenkram mit. Und ich habe meine Augenbrauen gemacht. Und jetzt sind sie noch total ölig, weil ich das später mit so einem Öltuch so entwachst habe. Ich wachse mir immer die Augenbrauen. Das ist mega. Ich liebe das. Und es geht viel schneller, als sie zu zupfen. Auf jeden Fall hat unser Tag echt schön angefangen. Wir haben uns gedacht, weil wir ja heute eigentlich noch geplant hatten, im Hotel in Österreich zu sein, beziehungsweise heute erst loszufahren. Und die Woche jetzt sozusagen um einen Tag verkürzt wurde. Gönnen wir uns heute einen Tag im Spa, wo wir euch nicht mitnehmen können mit der Kamera. Aber ja, wir erholen uns noch so ein bisschen von der Fahrt von gestern. Das war nämlich echt nicht witzig. Und es kommt, ich weiß ja den Vlogs nicht ganz so rüber, aber wir haben in der Woche in Österreich echt viel gemacht und gearbeitet. Und jetzt so ein bisschen einfach einen Tag lang nichts zu machen, wird echt cool sein. Denn Henrik hat heute Morgen seinen Sport gemacht. Ich habe Yoga gemacht. Und das hat mich absolut fertig gemacht. Du warst laufen. Ja, tatsächlich, ich war laufen, stimmt. Nix hier, nur hier. Und mir tun die Beine so weh heute. Hm. Hm, das ist nicht irgendwie nach höher, Alter. Ich mach eigentlich Äpfel. Das habe ich bei Madeleine gesehen, in der Story gestern. Und das hat mich irgendwie inspiriert, das mal nachzumachen. Schmore mir Äpfel. Und dazu gibt es gleich, oh, er ist sogar gleich fertig, Haferbrei. Auf jeden Fall ist bei mir gestern noch hier was angekommen, was ich nicht geöffnet habe, weil wir so fix und fertig waren. Warte, ich weiß nicht, ob wir das nicht schon irgendwie tausendmal gesagt haben. Okay, das ist etwas von BH Mathematics. Attempted in Travelling. Oh, das passt irgendwie gerade zum Thema. Oh, ich liebe solche Farben, wow. Das Frühstück ist fertig. Ich habe versucht, ein Boomerang davon zu machen, deswegen ist auf diesem Apfel hier viel zu viel Zimt drauf, weil wir das irgendwie dreimal wiederholen mussten. Aber ja, es ist halt der Haferbrei mit geschmotteten Äpfeln und grüner Teel, der schon fast alle isst. Und wie immer, ich bin fertig, während er noch nicht fertig ist. Oh Gott, das regt dich auf. Die Wahrheit regt dich auf. Die Wahrheit regt mich überhaupt nicht auf. Mittlerweile bin ich dann auch endlich fertig. Hat heute etwas länger gedauert, zugegeben. War aber nur eine Ausnahme. Ich hatte irgendwie noch die Tasche zu packen und ich wollte das Wasser da reintun für die Sauna, aber es hat nicht gepasst. Dann habe ich erst wieder was rausgeräumt, was anderes. Dann habe ich was wieder reingeräumt. Dann ging der Reißverschluss nicht zu. Dann habe ich das Wasser wieder rausgenommen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie habe ich mich etwas verzettelt. Und wir sind heute generell etwas später aufgestanden, weil wir uns nach den letzten Nächten etwas erholen mussten. Es war nämlich, wie gesagt, etwas anstrengend, weil wir nicht so gut schlafen konnten, weil in einem Zimmer nebenan so laute Musik war. Aber jetzt bin ich fertig, habe meine Sachen an und bin bereit loszufahren. Du auch? Ich war doch schon vorher fertig. Ja, ja, ich habe es gerade zugegeben. Wir haben uns Partner-Massagen gebucht. Wie cool ist das? Das ist mega cool. Und ich freue mich sehr darauf. Und auf den ganzen Tag. So, und jetzt sehen wir uns erst morgen wieder. Bye. Zip.